Sag mal! Hör doch mal auf! Die Sachen hier kaputt zu lassen... Ich möchte die hier bauen, hör mal! Ja, wäre ein Problem. Ich führe immer gegen eine Dino-Agenna hier, ne? Wenn es diesmal der Bronto ist, ist mir egal, ich mach die alle platt. Jeden Bronto, den ich sehe, der wird dann kaputt gemacht. So, Freund, jetzt wird's aber interessant. Jetzt wird's interessant für dich. Du bist Level 2. Ich mach dich fertig mit dem Speer. Hier. Zack. Zahnstocher in dein Bein rein. Ich warne dich. Der läuft aber auch gezielt hier dran vorbei. Millimeterarbeit. Nicht in meine Kiste. Und auch nicht in mein Lagerfeuer. Der läuft gleich in mein Lagerfeuer rein. Kriegt Schaden und wird's aber auf mich. Weil das ist mein Lagerfeuer. So wird das nämlich sein. Unsere erste Nacht. Gemeinsam wieder bei Ark. Wahnsinn. Können Sie daran liegen, dass... Hallo! Hier, Kollege! Was? Was war das denn? Das verstehe ich nicht. Das war ein Dilo. Der hat mir nichts geklaut. Das war hundertprozentig ein Dilo. Guck mal, der greift mich an, rennt weg und kommt jetzt wieder. Was ist denn mit dir los, mein junger Freund? Das war ja eine 200 IQ-Play war das hier von ihm. Ich dachte, er kam nicht nochmal aus dem Hinterhalt. Überhaupt nicht verstanden, was hier... was hier abgeht. Ja, guck mal. Geh mal ganz weit ins Meer und lass mich in Ruhe. Er ist jetzt einfach Gerhard. Und Gerhard nervt. Niemand mag dich, Gerhard. Geh weg. Dieser Bronto und ich werden auf jeden Fall keine Freunde mehr. Sobald ich den irgendwie umnatzen kann, werde ich das tun. Safe call. Finde ich aber nice, dass er, glaube ich, keine Strukturen kaputt machen kann, wenn er nicht... Also, wenn er rauflascht schon, aber halt nur so Bäume und so ein Kram. Ist... Ist jetzt mein Eindruck. Ich hoffe... Ja. Es... Es hat sich bestätigt. Die Bäume knickt er um, aber halt nicht... Sag mal, die ist doch auch komplett falsch rum hier drin. Also, das funktioniert nicht. Sachen, die ich gebaut habe, kann er nicht kaputt machen. Es sei denn, er greift sie an. Sehr schön. Ey, das Spiel, ne? Ist so heftig am Trollen. Was geht denn ab? So. Okay. Danke. Hallo. Alter. Es ist jetzt... Wer am schnellsten klickt, oder was? Geht doch. Da sollen... Da habe ich letztens schon immer schon gelesen, dass so mit den Snap Points einige Leute Probleme haben, weil ARK hat jetzt offiziell halt Sachen von S Plus übernommen, aber nicht alle. So. Und man kann ja jetzt auch Sachen wieder aufheben bei ARK, wenn man sie gesetzt hat für 30 Sekunden. So, was an sich eine gute Sache ist, ne? Wenn die länger da sind, ist es halt okay, dass du sie nicht wieder aufnehmen kannst. Ne? Also, weil es ist ja so ein Survival Game und es soll ja auch ein bisschen hart sein und so und ich finde das von daher ganz okay, wenn man das seit 30 Sekunden aufheben kann so und dann nicht mehr. Aber es gibt jetzt scheinbar Probleme mit den Snap Points bei einigen. Dann geben wir jetzt mal hier und so Narcos haben wir. Bola haben wir. Die müssen wir vielleicht mal uns hier reinlegen. Gut, ein paar Steine und dann kloppen wir mal kurz ein Para weg oder so. Mal sehen, welches Level... So, wir schauen mal, dass wir eben irgendwie was Buntes kriegen. Ein bunten Vogel. Einen bunten Para. Aber die sieht echt irgendwie diese diese Schlümpfe, die man früher essen konnte am Kiosk. Man sieht der aus. Der Para, aber ich glaube, der sieht doch ziemlich cool aus. Den können wir, glaube ich, nehmen. Ja, ja. 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 Level 56. Schwingen. Auf den Kopf am besten, weil dann brauchen wir ein bisschen weniger. Zwei. Nein! Drei. Zehn. Elf. Es ist so gemein. Zwölf. Siebzehn. Jetzt kipp endlich um! Oh, du bist viel. Ich habe nicht getroffen. Ich habe... Alter, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Da sind Funken gespürt. Ich habe vielleicht keine Bruder mehr. Letzte muss treffen jetzt. Das bleibt stehen. Ich hätte werfen sollen. Ich hätte werfen sollen. Ich hätte werfen sollen. Ja. Oh, freut der Sommer. Kipp um. Kipp um. Leg dich hin! Machen wir nicht diesen jetzt. Das Fall einfach um. Ja. Ja, ja, ja. Nice. Und gleich so den Bronto getroffen mit dem Ding. Okay, sehr schön. Ähm... Wir hauen mal den Mähschutz eben rein. Ja, sieht cool aus. Das Ding ist, das Grün erinnert mich halt übertrieben an dieses Joker-Grün. Und deswegen, äh... feiere ich den auch. Ähm... Den können wir noch umbenennen eben. Ich glaube, wir nennen tatsächlich einfach Joker, weil mich das daran erinnert. Farbgebung. Bisschen an den, äh... Suicide Squad Joker. Weil das... Dings... Ich hab das jetzt einfach reingelegt. Weil das Filmplakat ähnlich aussieht. Oder ähnliche Farben einfach. Und das Grün ist halt eben so. Das Ding. So, die würde ich jetzt ungern aufmachen. Die kommt... Oh! Der ist auch wieder nice. Deswegen hätte ich jetzt gerne das Fernrohr, weil dann muss ich jetzt nicht so nah rangehen. Ich weiß nämlich, da unten hängen manchmal auch Alphas rum. Und generell auch vieles andere Zeug. Weil dann hätten wir einen coolen Tech-R... Deswegen ist es vielleicht auch nicht die... Die niceste... Station, um hier zu zähmen. Mal sehen. Wir haben hier jetzt erstmal einen. Ich will ja nicht wieder, dass es ausartet. Und ich zähme alles, was irgendwie cool aussieht. Wobei das ja bisher immer das Motto war. Oh, 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 warte mal. Apropos der Fleischen, da unten geht's doch gerade rund. Ja, da ist auch ein Raptor. Das... Da sind... Das ist nicht gut. Das sind zwei. Müssen wir mal ein bisschen außenrum versuchen. Die sind vor allem auch schneller als mein Para. Deswegen wäre es... Warte mal, ein Raptor-Sattel bekommen wir, glaube ich, mit Level 18 oder so. Da sind wir auch nicht allzu weit von entfernt. Ich gucke mal eben nach. Level 18. Und wir sind Level... 14, glaube ich. Ja, da müssen wir ein bisschen leveln. Weil mich würde es halt jetzt schon reizen, die eigentlich fertig zu machen, aber es macht keinen Sinn. Und bevor ich jetzt den Para verliere und meine Items und dann jetzt die so zwei Stunden wieder umherstreife, um alles wiederzubekommen, wie das so häufig ist bei Ark, oder zumindest bei mir, dann... Ich weiß ja nicht, welches Level der hat. Ich würde den ja schon gerne runterfischen. Allein dafür, dass der ein oder andere Kollege von ihm mir vorhin was abgezogen hat. Er wackelt ja zum Glück gar nicht. Ha, der war ja zum Glück gar nicht dabei. vorbei. Jo. Au. Oh. 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 Aus der Luft, mein junger Freund. Mir wird hier nichts mehr geklaut. Jetzt nehme ich dir dein Leben. Habe ich schon gemacht, das Leben genommen. Ich meine, jetzt nehme ich dir dein Leder und Fleisch. Also vielleicht finden wir jetzt noch einen Raptor. So geil wäre jetzt einfach so das Ende. Ich laufe lang. Da ist ein Raptor. Fuck, 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 fuck. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, du Idiot. Jetzt, äh, nicht hier stören. Der blöde, äh, was ist das? Dilo? Aber da ist ein Raptor gerade lang gelatscht. Ich glaube, der war vielleicht alleine. Die laufen jetzt lang und machen die ganzen Parasales. Oh, fuck. Fuck, fuck. Jo, das war genau das, was ich meinte. Genau das war das, was ich meinte, was nicht passieren soll. Ähm. Jo, danke. Ach, die hauen ab. Ach was. Fuck. So, der zweite. Kommt der zweite. Okay. Das ist mir egal. So, keiner ist down. Nein. Hallo, warum geht das mit meinem eigenen? Alter, werdet ihr mich verarschen? Jo. Ey. Was war das? Level 4. Oh, nee. So was will ich eh nicht zählen, Level 4. Die haben schluss von einem Para. Das ist ja... Jetzt muss ich da schnell hinrennen, weil ich jetzt meinen eigenen Para gebohlt habe. Das muss mir auch mal einer erklären. Ich hau den voll auf den Raptor rauf und er bohlt immer wieder meinen Para, ey. Ja, der scheiß auf die Map. Ich weiß ja, wo ich hin muss, aber ich hoffe, mein Para stirbt jetzt nicht und ist jetzt hier gleich Sabbat, Freunde. Ah, der wird den doch kaputt kriegen da, oder was? Die sind immer noch am Kämpfen. Ich muss mich kurz hinlegen. Ich muss generell hier, ne? Regenerieren und so. Los, lauf. Kann ich es nicht sein Ernst, dass er den scheiß Raptor nicht platt kriegt? Der ist Level 4. So, ich muss noch mal ganz kurz für den Endspurt. Digga, was? Ja, Witz des Jahres. Ehrlich. Lach mich tot, ey. War der jetzt die ganze Zeit gebotert, oder was? Ja, okay, mich noch mal. Ist mir egal. Ich, meine Sachen sind da eh weg. Die liegen ja hier. Mein ich. Also. So. Das Ding ist, ja, RIP Joker auf jeden. Geile Nummer, ey. Oh, der ist Level 4. Was soll ich denn mit sowas? Also eigentlich müsste ich den jetzt... Oder muss ich ihn jetzt zähmen? Die Frage ist jetzt, muss ich ihn töten, weil er meinen Joker gekillt hat? Der übelst nice aussah. Oder muss ich ihn jetzt zähmen, weil er den Joker gekillt hat? Und er dadurch quasi aufgestiegen ist? Dann leveln wir den halt ein bisschen hoch. Ja, normal. Ist da jetzt ein Spino? Das ist genau die Scheiße, von der ich die ganze Zeit rede. Das ist ein Anfängergebiet. Guck dir das an. Der rasiert hier komplett einmal durch. Eine Schneise der Zerstörung wird er hier durchziehen, ey. Heftig. Oh, da ist doch der Raptor. Und eigentlich... Das ist jetzt die Frage... Ja, moin. Das sind zwei mal wieder. Klar. Ha, Level 2. Was für ein Dreck! Was für ein Dreck! Leute, dazu muss ich nichts sagen. Ich bowler den Ersten. Ich bowler den Zweiten. Auf einmal backt er... Also, meiner Meinung nach, backt er rum und springt mich nochmal tot. Ist klar. Klar. Haben wir ja alle genauso gesehen, ne? Das ist ja völlig klar, dass er dann noch sprengen konnte, nachdem ich ihn gebohlert habe. Man eindeutig gehört hat, wie es halt an ihn herangeflogen ist. Ah, ja. Was ist aus diesem Spiel geworden? Warum ist... er jetzt hier? Also, da vorne sind... zwei oder so, ne? Zwei, drei. Also, ich weiß auch nicht, was der Sarko da jetzt macht, ehrlich gesagt. Und ich hatte beide gebohlert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beide gebohlert habe. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, aber ich habe definitiv... beide gebohlert. Sag mal, müsste nicht eigentlich auch vom Parada noch was gelegen haben? Weil der Sattel oder so, haben die den auch mit aufgemampft? Warte mal, bin ich das? Ah, nice. Der Sattel ist noch da. Ja, das Problem ist jetzt halt, ohne Dino hier reinzugehen, das ist halt ein bisschen dumm, ne? Und zack, bin ich drin. Die sind mir halt übertrieben überlegen, jetzt in dem Moment. Und wir sind einfach schneller, sie sehen mich viel früher, als ich sie. Da unten, da ist es doch wieder. Hier, komm. Oh, da ist ein Raptor. Fuck. Ja, Junge, mach mal hier nicht deine komischen Moves. Digger, ich habe ihn wieder gebohlert in das Backdrum. Warte, warte. Fuck, 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 fuck. Jetzt habe ich mich kurz aufgeheckt. Der sieht cool aus, welches Level hat. Der welches Level hat. Scheiße, scheiße, welches Level hat er. Ich habe noch eine Bruder. Das wird doch nichts. Ich bin doch... Jo, alles klar, ich bin weg. Scheiße. Oh, Mann. Okay, ich habe... Ich bin... Ich gebe auf. Ich brauche mein Stuff aber wieder. Dann würde ich aber auch mal sagen, dass ich tatsächlich mal den Stream beende, weil ich einfach nur versuche, eben noch schnell mein... ...Zeug wieder zu finden. Wie geil ist das denn?